Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies. Ich bin jetzt hier beim letzten Mal stehen geblieben und... ...spüren wir weiter. Ich kriege keinen Grabfresser. Jaja, das ist jetzt wie beim letzten Mal. Einmal hin und Pflanzen kommen und dann müssen wir sie hinpflanzen. Ja Leute, oh mein Gott. Bleibt mal stehen. Hütten und Piss behalte ich jetzt kurz mal. Grabfresser hin. Oh nein, hier hin wäre besser gewesen. Aber Leute, 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 Leute. Machen wir den mal jetzt hier. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Und, nein, ja. Oh mein. Machen wir den jetzt da hin. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie blöd, aber... Oh shit, egal. Egal jetzt. Grabfresser. Machen wir es mal irgendwie blöd. Machen wir es mal irgendwie blöd. Okay, Hypnopilz und Eispiss behalte ich mal. Fuck. Machen wir da hin. Du da hin. Seht ihr jetzt irgendwie Bescheid aus. Okay, Untergangspilz behalte ich jetzt auch mal. Äh. 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 Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Okay, einen Hypnopilz kann ich ja schon mal opfern. Muss jetzt mal sein. Überblickchen mache ich mal weg. Wie. Hä. Wie. 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 oh nein gleich wenn er seine ja oh gut ok machen wir nochmal einen Untergang UNTERGANG und das war jetzt ein Fail oder? das war jetzt wirklich ein Fail guck ich kann ja da nicht hin machen ihr könnt da nix hinpflanzen ok mach mal den da hin ich kann jetzt einfach irgendwo random irgendwo hin scheiß ich gehört ob symmetrisch oder unsymmetrisch Zwei Wellen ein nochmal den da oben weg nein nein das fack ist jetzt mal UNTERGANG voll in die Mitte und alles BOOM mach mal den hier hin unsicherheitshalber weil da ein Grab ist und da kann ich nix hinpflanzen ist ist ok pflanzen wir euch mal kurz ein ja pflanzen euch ein ja flieren wir uns wir flieren euch kurz mal ein ok ich mach mal die kleinen hier weg wenn da jetzt noch ein großer kommt dann mach ich den dorthin guck da hin ah jetzt ist es doof ich weiß aber was soll ich da jetzt machen ahhh was ist was der Hypnophil ist gleich der Hypnophil ist gleich aufhör der Hypnophil ist gleich aufhör der Hypnophil ist gleich aufhör der Hypnophil ist fressen du voll warscht na fress den mal das kann man dann ein auf nichts ist gut ahhh Leute hier geht die hier geht voll die Party ab ahhh das ist bescheuert oh ich flirsch oh glaub das hat er gut glaub das soll 2 nein nicht fressen ich hab mein Grabfresser gefressen das ist unlogisch naja nochmal so schreibern kneister ich weiß nicht was ich jetzt hier mache aber wenn jetzt immer das eine Grab hier uahhhh UNTERGANG hmhm ich bin am überlegen wenn der Grab jetzt hier hinten wäre der Graben halt dann super oh man kommt schon wieder Michael Jackson die kleinen brauche ich eigentlich gar nicht äh äh UNTERGANG ja das war ein ultimate fail ne nehm du mal das nimm die Drogen ihr nehmt alle Drogen mein Gott Zombies nimm Drogen Drogen Zombies ok ok ich hab jetzt oh man wer der Graben jetzt nur da den hier weg nochmal den hier auch weg nochmal mal den zu dem Grabfresser nur noch 1 und 2 ich hab den lieber an ich hab den ich hab den ich hab den jetzt nicht weißt du was Untergang und ein Fluid ein Frozen und der letzte Grab und das letzte Grab und das letzte Grab ja Leute ein Traum den ich nie hatte äh mit dem nochmal den Hypopus da noch ein Hypopus hier und ein Hypopus da und jetzt noch ein Schloss so Leute Seel Rosenblatt ermöglicht dir nicht Wasserpflanzen darauf zu platzieren wow dankeschön oh mein Gott sieht so aus als hätten die Zombies genug von deinem Vorgarten jetzt wollen sie es hinter im Garten versuchen zu allem über kannst du diesmal keine Pilze benutzen die pennen tagsüber nämlich das ist doch das ist das nicht zu dämlich du bist auch dämlich oh mein Gott schwimm Zombies ok wir nehmen die 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 und aber hm machen wir noch das hier oder ja machen wir noch dieses hier und dann höre ich auf mit dem Part Pflanzen hier sieht man jetzt Seel Rosenblatt 25 kommt nur hier drauf oh guck mal das Wasser spiegelt sich so schön wie schön ich seh mal wieder Sonnenblumen yeah Sonnenblumen for the win wir machen mal schon einen da hin und nein der ist ZOMBIE schnell gib mir Ssonne gib mir Ssonne gib mir Ssonne schneller 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 nur noch eine Hallo, gib mir Sonne. Hallo. Oh, gut. Ich hätte schon gedacht, ich wäre jetzt am Arsch. Mein Erster, mein Rasenmäher darf nicht weg hier. Dass ich mir so viele Rasenmäher leisten kann. Guck mal, so viele Rasenmäher kann ich mir leisten. Geil. Okay, das ist nur noch eine Welle. Und dann mache ich Schluss für heute. Aber erst später muss ich das Wort sagen. Äh, den Satz. Wo? Ja, genau. Wo? Das habe ich nicht von Shadow Solo, das habe ich von einem anderen YouTuber. YouTuber. Sie ist eine YouTuberin. Könnt ihr tausendmal raten, wer es ist? Haha. Komm, gib mir noch eine Sonne. Ja, seht ihr? Die Zombies sind nicht dumm. Jetzt gehen sie in meinem Hintergarten. Mein Gott, mein armer Hintergarten. Mein Vorgarten hat jetzt ganz verwüstet. Überall liegen eure Einzelteile herum. Kannst ihr bitte die mal später aufräumen? Ich habe keine Lust, das zu machen. Ein armer Vorgarten. Sieht schon ganz dreckig aus, warum? Oh, ich... Äh, äh... Noch ein... Oh, scheiße, Geld. Ich habe das Geld verpennt. Ja, ja, komm, 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 komm. Das schaffen wir, das schaffen wir. Noch eine... Oh, und... Noch eine, komm, 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 komm. Komm, oh Mann, das ist jetzt sogar spannend. Leute, noch eine Sonne, komm. Oh, 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 mein Gott. Mein Gott, wenn ich mein Gehirn verliere, wegen den Zombies, dann... ... werde ich nie wieder das Blaine. Dann könnt ihr irgendjemand anderes angucken. Oh, und ich habe jetzt die falsche Stelle bepflanzt. Verdammt, vermisst. Doch, doch, ich mache weiter Let's Plays. Ich werde nie aufhören mit Let's Plays. Wahnsinn. Ich werde weitermachen. Ich werde der Größte, der Beste sein. Keine Erfolge, oder? Ja, das ist Poké, wenn ich weiß. Ich werde wahnsinnig. Leute, Leute, Leute. Was hat er erst geschafft? Ach gut, dass ich schon mal die Stelle hier bepflanzt habe. Ha, ha. Bepflanzung. Oh, wo ist er unten schon alles ist? Ja, jetzt habe ich alles voll mit zwei Reichen von den Blumen. Was sind das Blumen? Da sind Erbsenkanonen. Daraus wachsen bestimmt Erbsen. Ha. Ich bin schlau. Hihi. Jo, Kinder. Jetzt haben die Zombies vom Vorgarten die Schnauze voll und wollen jetzt in meinen Hintergarten. Was ich sehr nicht mag. Ich mag sowas nicht. Was kommt dann? Der Keller, oder was? Ich will euch jetzt nicht hier alles sagen, was passiert, aber machen wir euch tot. Tot. Bitte stemmen Sie jetzt. Bitte friss meinen Säbelosenblatt. Hm, hm, nee. Wurde den Schnauze dorthin stellen, aber wir sind eh jetzt gleich tot. Also, einfach, oder? Jo. Oh. Wurde die Sonne selbst aufgesammelt. Einfach schnappen. Wow, wir haben ein Matschkürbis erhalten. So much Zombies. Pff, fliegen da nicht die Gedärme herum. Oh, eikelhaft. Aber Leute, jetzt mache ich Schluss für heute und wir sehen uns im nächsten Paar von Pflanzen gegen Zombies. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.